Die drei Jungs sind grundverschieden. Der eine ist ruhig, der andere ist wieder hua-la-la auftrat. Der Michael ist ein ganz lustiger, also der ist für jeden Spaß zu haben, der passt genau. Der Cornel ist eigentlich auch ganz netter. Da muss man schauen, ob man ein wenig aus der Reserve locken kann. Und der Christian, weil der ist ein ganz ruhiger, der lässt sich nicht nochmal mit einem Bier oder einem Schnaps in den Kassa locken, der wird schwierig werden.